Ich wollte eigentlich schon immer Köchin werden. Ich sage auch immer ganz nützlich, ich kann nicht viel anderes. Der Familie Fugt gehört der Spiegel seit 1861. Ich und meine Schwester, wir sind die sechste Generation und das Haus war schon immer ein Gasthof. Es hat angefangen mit einer ganz normalen Viehwirtschaft. Wir hatten Vieh, wir hatten auch mal eine kleine Tankstelle und dann hat sich das über die Jahre, über die Generationen einfach zu dem hin entwickelt, wo es jetzt ist. Ich habe meine letzte Stelle in Schloss Elmau gemacht, in Garmisch-Partenkirchen und hatte da zwei tolle Jahre mit dem Küchenchef Mario Pecke. Ich habe mich bei dem auch sehr wohl gefühlt, weil er auch so eine sehr harmonische Küche geführt hat. Und dann ist eben mein Vater krank geworden und dann ist man natürlich nach Hause gefahren. Also Vicky ist natürlich in einen sehr, sehr, sehr schwierigen Zeitpunkt gekommen. Wir hatten ein Team, was sie nicht gekannt hat. Das war quasi das Team meines Vaters. Also Vicky war immer eine Köchin und hatte ihren Posten und hat aber nie Leute unter ihr gehabt. Auf einmal war ein Team von zwölf Personen unter ihr und noch die Spülküche. Dann musste sie fertig werden mit einer Karte, die sie eigentlich nicht geschrieben hat, einem vollen Haus für die Weihnachtszeit. Es standen an das Weihnachtsmenü, das Silvestermenü. Meine Schwester war schon daheim seit zwei Jahren und hat natürlich dieses ganze, ich muss jetzt nicht hier hinkommen und habe eine leere Küche oder sowas vorgefunden. Da waren ja zehn Köche, die haben das alles schon länger mit ihm gemacht. Und dann habe ich mich da ganz vorsichtig reingetastet, habe geguckt, wie läuft es hier. Ich hätte davor noch nie hier gearbeitet. Und dann haben wir das ganz langsam, habe ich das versucht vielleicht so ein bisschen mehr zu machen, wie ich das gerne hätte. Man kauft ein paar neue Teller, man macht ein paar neue Gerichte auf die Karte. Man macht so einen ganz vorsichtigen Wechsel, lässt aber um Gottes Willen die Traditionsgerichte in Ruhe. Also eine Forelle Müllerin von unserem Wasserbasin oder ein Bries und Mierle, das wird man immer im Spielweg finden, weil das auch die Integrität des Hauses ist. Das war auf jeden Fall super schwierig. Also ganz klar, sie musste sich erst mal einfühlen. Wir haben ja nicht ein Restaurant wie ein normales Restaurant, sondern wir haben hinten dran einen riesen Hotelbetrieb. Das heißt, der gesamte Frühstücksbereich, Vespa, Kaffeekuchen, das sind alles Dinge, die sich Köche in einem Restaurant sparen. Bei uns ist das aber alles mit drin. Das heißt, es gibt Stammgäste, die kommen und sagen, sie haben zu essen seit 30 Jahren das Gericht und warum ist es nicht auf der Karte? Und dann muss man das Gericht kochen. Das heißt, man ist natürlich auch nicht so selbstbestimmt wie jetzt ein Sterne-Gastronom, der sagt, das ist meine Karte, das gibt es zu essen. In einer Situation, die jetzt mir passiert ist durch die Krankheit, ist es natürlich ein Albtraum für jeden, der das erlebt. Und es ist aber auch interessant, wie die jungen Damen an die Sache drangehen. Natürlich ist es immer zu früh und natürlich ist es immer schwierig, in einer Notsituation Entscheidungen zu treffen. Aber es ist hochinteressant, wie Sie das anpacken. Treten Sie die alten Pfade des Vaters weiter oder machen Sie es ganz anders oder übernehmen Sie, wie auch immer, wichtige oder unwichtige Dinge? Und ich glaube, bei uns ist es so eine Mischung geworden zwischen allem. Und das ist auch für mich wohltuend zu erkennen, dass Sie die eingeschlagene Richtung eigentlich nicht komplett verlassen. Also ich habe erst angefangen, mit dem Lindenbrunnenhof zusammenzuarbeiten. Das vor eineinhalb Jahren, ziemlich früh, weil mich dieses Ganze, was der Gemüsehändler gebracht hat, hat mich ein bisschen aufgeregt. Also jede Tomate ist irgendwie halb extra abgepackt. Und ich finde, man sollte als Koch schon so ein bisschen drauf gucken, wo kommt das Zeug her? Wie hätte ich das gerne? Ist es regional? Und wenn der Bauer, also der Bauer schickt, kommt immer so eine Liste, da steht alles drauf, was er hat und dann bestellt man danach. Und was der Bauer halt nicht auf der Liste hat, das hat er halt auch einfach nicht. Also ich habe, das ist jetzt 23 Jahre her, das war meine Idee, aus unserer hochwertigen Milch Käse zu produzieren. Der Anfang der Käseproduktion, das war mein Ding. Und da habe ich auch sehr viel Herzblut hineingesteckt und bin natürlich heilfroh, dass der Johannes das weitermacht. Also wir machen den Käse selber, dreierlei Käsesorten. Ein Hartkäse, eine Münsterart, wir nennen den Obermünster-Täler und eine Ricotta. Ich finde, es ist eine tolle Küche, es ist eine abwechslungsreiche Küche, es ist eine wilde Küche. Es ist mal auch mit Sicherheit ein bisschen asiatisch. Also man kann diese starken Wild-Aroben einfach wahnsinnig gut verpacken in diese Asia-Küche mit Kokosmilch oder auch in eine andere Richtung, wie ich es beim Ali gelernt habe, mit Datteln und Feigen. Und vielleicht ist es ein bisschen weltoffener geworden. Also vielleicht ist es so ein bisschen verrückter, verrückte, wilde Küche mit regionalem Einschlag. Also mein Vater war ja schon Restaurateur-Gründungsmitglied und als ich dann nach Hause kam, hat natürlich schon ziemlich schnell der Gedanke, so Mensch, ein Restaurateur, das wäre doch was, junge deutsche Spitzenköche, das wäre irgendwie, würde auch hier hin passen und passt auch immer noch hier hin. Und dann habe ich aber erstmal eineinhalb Jahre gewartet, um zu sagen, okay, ich komme hier erstmal an, wir machen das erstmal und schauen dann. Und dann habe ich mich beworben. Man muss auch für sich persönlich das wertschätzen, was der Kontakt zu den anderen Kollegen bedeutet. Es bedeutet Austausch, es bedeutet Freundschaft und es bedeutet einen viel größeren Horizont zu erleben, den man zu Hause nicht so hat. Wenn man dann so ein bisschen mehr in dieser Kochszene drin ist, man macht die Lehre da, dann merkt man, oh Mensch, die machen ja noch viel mehr. Die machen Küchenpartys, die machen tolle Fortbildungen, die haben mittlerweile eine eigene Schule, wo ich auch wieder meine Azubis hinschicke. Und deswegen kümmert sich so ein bisschen jemand, so eine Vereinigung kümmert sich so ein bisschen um den Koch. Schon Restaurateur zu sein ist natürlich, macht einen Stolz selbstverständlich. Und dadurch, dass mein Vater ja schon Mitglied war, dass viele unserer Freunde Mitglied sind, ist es natürlich was Besonderes, da auch dabei sein zu dürfen, andere Köche kennenzulernen, auch Köche kennenzulernen außerhalb von Deutschland. Mit dieser Vereinigung ist ja europäisch, dann vielleicht auch Küchenpartys zu kochen, mit denen zusammen mit da auch mal eingeladen zu werden, da auch mal kochen zu dürfen. Das ist eine große Ehre und ich erhoffe mir einfach wahnsinnig tolle, kreative Arbeit zusammen, dass man auch bei diesen Genussnetztagen neue Produkte kennenlernt, dass man sieht, was kann denn so eine Vereinigung schaffen, was ein kleiner Koch nicht schafft. Und darum geht es ja, dass wir zusammen unsere Kräfte bündeln und hinausschreien, dass wir Köche immer noch großartig sind und dass es noch viel mehr Köche geben sollte. Vicky, kommen wir nach vorne, komm. Herzlich willkommen. Danke. 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 Danke.